Musik Und damit begrüße ich euch ganz recht herzlich zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play Om C2 hier auf Cars Licks mit mir, dem Felix. Und das Kennzeichen und eigentlich auch so alles irgendwie verrät schon, dass wir heute wieder in Hamburg unterwegs sind und zwar mit dem Citaro, auch wenn ja, ob sie da nicht die Rechte von Mercedes bekommen hat irgendwie, keine Ahnung. Und zwar fahren wir heute die Linie, die wir letztens gefahren sind, ist schon einige Tage, Wochen her, wieder zurück in Richtung Hauptbahnhof. Und dafür müssen wir uns jetzt erstmal anmelden mit der 54341 Eingabe. Dann brauchen wir jetzt noch die PIN 1506 Eingabe. So, dann wähle ich schon mal einen Fahrplan aus, weil das sollte dieser hier sein. Ich löse den LKW ab, alles in Ordnung. Dienstnummer, die Dienstnummer ist dann die 200673 Eingabe. Danke für den Beleg und, ah, was haben wir jetzt da für ein... 500, 600 Eingabe, glaube ich. Genau. Stimmt. Und wir haben noch 2 Minuten 50. Perfekt. So, ich bin nämlich gerade schon mal... Das ist Aufnahme Nummer 3, muss man so sagen, Alter. Das Spiel bringt mich irgendwann noch zu Weißglut. Ist das hier vorne DHL? Express. Ja, bringt mich nämlich irgendwann langsam wirklich zu Weißglut. Ich wollte eigentlich erst den schönen Bus zeigen. Da kriege ich das allerdings nicht hin mit der Buszielanzeige. Also deswegen steigen bei mir keine Leute ein. Dann sind wir gerade schon vorgefahren mit dem Gelenkbus. Dabei hat sich ein junger Kerl hier vorne verbuggt. Obwohl ich alles wirklich richtig eingegeben habe. Und alles dem gemacht habe, so wie ich es wollte. Und trotzdem war es anscheinend nicht richtig. Wir hoffen jetzt ganz einfach mal, dass wir jetzt dieses Problem nicht weiter haben. Ja, Gang einlegen. Das ist immer mein Problem. Jetzt. Herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Ach, Temperatur. Mensch, ihr könnt die Fenster aufmachen. Ich glaube, bei dem hier geht das. Ha, also Aufnahme Nummer 3. Wir probieren mal unser Glück. Mal gucken, wie weit wir kommen. Hier hinten brauch ich die Tüne zu öffnen. Es ist schon mal immer gut. Einmal Großbereich. Wollen wir machen ein Kleidlicht an? Das sind irgendwie 2,30. Das ist schon mal richtig. Gut, das hat nämlich gerade nicht geklappt. Und das sind das 50. Das sind 5 Euro. Ich sage gerade wieder ausgestiegen, kann das sein? Die hat mir 5 Euro gegeben. Wir machen ein kleines Licht an, ne? Also, ich habe das noch im Hinterkopf. Dam, dam. 2, 3, ja. Warum steigen wir die alle wieder aus? 6, und so. Gut, der ist jetzt sitzen geblieben. Wir haben noch Zeit. Eine Minute. Und wir müssen mal irgendwie Licht anmachen. Ich schätze mal, hier bin ich bestimmt eh falsch. Das hier sieht doch gar nicht schlecht aus. Haben wir jetzt hinten ein Licht an? Ich glaube es nicht. Das ist Liften. Ich muss... Oder muss ich das Lenkrad wegmachen? Habe ich hier dahin noch Knöpfe? Ne. Habe ich jetzt das Licht an oder aus? So, mal zum Vergleich. Ne, ändert sich logisch nur vorne was. Ah! Das war der ein Licht. Ich glaube, ich habe gerade etwas übersteuert. Dafür entschuldige ich mich. Wir lassen jetzt auch mal heute da das Lenkrad drin, weil da habe ich einige Nachrichten bekommen, dass das die Leute stört, wenn ich das nicht eingeblendet habe. Ach, na. Dann lassen wir das doch jetzt drin. So. Steam wird euch ja nicht angezeigt, wenn hier irgendwelche... Aha, gut. Wenn hier irgendwelche Kaschmaugen irgendein Spiel meint zu spielen. Ah, wir haben grün. Das ist doch herrlich. So. Und dann geht es mal auf die wilde Tour in Richtung Haupt... Siehst du, was das geht? Aber ich weiß nicht warum. warum man sich da jetzt aufregt. Ach so. Und hier vorne ging es jetzt links. Ich habe... Genau, glaube ich, jetzt wegen dieser Straße mal lieber den Gelenkbus wieder weggelassen, weil ich mir sicher bin, das könnte hier auf dieser Strecke etwas eng für mich werden. Gerade, weil ich ja auch nicht unbedingt mit Spiegeln arbeite, sondern mehr nach Gehör fahre. Aber... Ja, mit dem Kleinen wird man für alle Ferien schön durchkommen. Haben wir ja auch letztens gezeigt. Wollte jemand aussteigen? Ist mir auch egal, Alter. Die labern alle durcheinander. Ich komme hier nicht. Klappe euch. So, Größe hat was in der Nord. Wir machen erst mal 5 Euro. Dann sind das... Dann sind das... Müssten noch 2 sein. Einmal Nahbereich. Einmal Nahbereich. So, frei ist. Habe ich noch einen Blinker drin? Ja, da springt wir da raus mit der Zeit. Und... Weiter geht die wilde Fahrt. Sehr schön mit Ansagen hier. Kommt hier irgendwie jemand gelaufen? Nö. Hier wird jeder gelaufen, aber... Da haben wir noch Zeit. So, äh... Was kann man mal erzählen? Und zwar habe ich ja eine längere Zeit jetzt gerade nichts mehr Let's Played oder sowieso gespielt. Das war wirklich einfach die Luft raus, weil es ist echt einfach zum Kotzen mit den ganzen Scheiß-Dislikes, um es mal wirklich so zu sagen. Das ist echt einfach halt wirklich demotivierend. Ganz einfach. Und... Ja... Ich sage mal so, jetzt habe ich eigentlich auch keine richtige Lust, aber... Es muss. Und... nur deswegen nehme ich wirklich auf. Das klingt so jetzt wirklich ein bisschen blöd, weil da viele lieber sagen, äh... Nimm doch lieber auf, wenn du auch Lust hast. Äh... Ja... Und dann weiß ich dann, wann das mal wieder so ist. Äh... Blinker machen wir mal wieder aus. Und deswegen nehme ich jetzt einfach mal auf und guck mal einfach mal jetzt, wie diese Folgen hier wieder bei euch ankommen. Ich hoffe natürlich gut. Dann ist nämlich mit meiner Motivation und Laune vielleicht ein bisschen besser. Aber ja... Ich hatte jetzt einfach mal Lust wieder auf Omsi und deswegen habe ich mir gesagt, da filmen wir das auch nebenbei mit. Sonst kommt auch dann noch hier, äh... Forest Village und so, das ist alles noch wieder. Also darauf habe ich auf jeden Fall auch wieder Lust. Und das kommt dann auch wieder. Nur halt jetzt war eben mal so über Weihnachten so ein bisschen Pause. Multiplayer kam ja trotzdem. Also bis zu drei Videos am Tag. So ist es ja nicht. Aber nee, eigentlich bloß zwei Videos. Wenn ich jetzt gerade so überlege. Aber immerhin kamen diese zwei Videos. Da war es also vorhin auch wirklich ein Bug, dass der Junge einfach nicht abhauen wollte. Das war wirklich krass. Ich habe denen wirklich einen Fahrschein gegeben. Da hat mir einer, hier Fahrschein, diese Kind-Einzelfahrt. Das stand ja sogar oben links. Und der hat mir eine Euro gegeben und ich habe ihn zehn Cent gegeben. Aber der wollte einfach partout nicht Ruhe geben. So, ich merke gerade, wir sind ein bisschen im Zeitverzug. Wo mich... Ich merke, hätte man sich vielleicht mal beschäftigen können, bevor man losfährt mit der Aufnahme. Wegen Wetter nochmal. Ich würde gerne ein bisschen realistisch das Wetter eigentlich mal einstellen. Weil, wenn ich so bei mir aus dem Fenster gucke... Ah, Haltewunsch ist da. Ich habe nämlich auf den gewartet. Äh, liegt bei uns vor der Haustür so ein halber Meter Schnee ungefähr. Und ich dachte, das wäre dann in Hamburg vielleicht nicht unbedingt anders. Oh, das geht aber hier rein. Äh, ja doch, die Leute kommen. Und, aber, ja, habe ich jetzt hier irgendwie eine eingestellt. Ich fahre schon das originelle, also das richtige Datum, das Aufnahmetermin, Datum. Ähm, bloß die Uhrzeit ist ein bisschen später, weil hier war jetzt eine Stunde lang kein Umlauf. Und rumfahren wir hier ein bisschen eine Stunde später, glaube ich. Wie ist es? 17 Uhr, 19 oder so, was haben wir. Doch, obwohl, passt eigentlich. Okay, weil ich so lange rumgedaddelt habe, ganz einfach, weil es einfach nicht ging, das Spiel. Oh, die Simulation. Äh, da haben wir doch die Zeit jetzt wieder eingeholt. Okay. So. Was ist denn hier noch richtig? Irgendwie kommt es mir hier gar nicht so bekannt vor. Aber die Leute wollen auf alle Fälle einsteigen. Lattenkampfstieg. Klingt ein bisschen versaut. Mal eben ganz kurz hier gucken. Doch, passt alles. Wir sind ja zu früh. Richtig. Das ist bei mir immer Plus und Minus rechnen. Das war schon in der Schule in Mainz. Und das ist hier in Omsi immer noch so der Fall. So, sitzen wir jetzt eine Minute ab oder spuren wir die Minute vor? Und vorgespult ist. Genau, nur 20 Sekunden. So, Ballerei. Äh, das müssen wir noch raus machen. Ja, perfekt. Guck mal. Das Spiel ist auf meiner Seite. Das wird gleich grün. Oh, ja. Recht sehr schöne angesprühte Hausfasade. Warte. Schon wieder eine Minute zu früh. So, wo müssen wir hin? Nach links. So, ein bisschen nicht die Übersicht verlieren. Das ist immer so bei mir das Interessante mit den ganzen Ampeln, die wir hier gerade hatten. Was war sie denn? Ey, was will man denn? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aster. Glanz. Ne, ah ne, ein Plus Astra. So nennt sich das wir so. Einmal Großbereich. 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 Da. Das, das und du kriegst plus 20 Cent zurück. Äh, was hat er mir gegeben? So. Tageskarte, neun Uhr. Alter, ich drücke hier auf Tag. Ach so, da steht neun Uhr. Das ist interessant. Und 20 Cent kriegst du noch. Gut, kriegst du 2,10er. Ich hab ne mehr. Und ich glaub, wir sind voll. Wollte ich jetzt einfach mal so denken. Wir haben grünen Pfeil, nennen wir es mal so. Und ich glaub, wir müssen hier auch lang. Oh nein, Haltwunsch. Okay, ich hab ein bisschen Angst, dass ich die Töne manchmal nicht so höre, wegen dem ganzen Motor und meiner eigenen Stimme und sowas, aber es geht. Zum Glück. So, und hier vorne müssen wir links. Oh, ist auch grün. So, Fußgänger. Können eigentlich warten. Das kommt doch keiner. Uh, Verkehrsinsel. Oh, ach ja, wir schwenken ja vorne ein bisschen aus. Die Räder, wir sitzen ja auch noch vor den Rädern als Busfahrer. Das ist ja das Interessante als Busfahrer. So, Polizei, nimmst du mir jetzt die Vorfahrt? Das ist mir sowas von klar. Guck mal, was war denn hier? Mann, no, Mann, no, Mann. Warum laufen denn die immer so weit vor? Uh, das verstehe ich noch nicht so ganz. Die können doch schön dort bei ihr... Ich komme doch hin zum Häusel. Das ist doch kein Problem. Wir müssten mir doch nur entgegenlaufen. Äh, muss ich doch überlegen vorher. Achso. Ja, gut. Bisschen Kleingeld. Ach, nee, das war's dann recht. Was, eine Task-Karte in 9 Uhr? Oder so? Sieben hast du mir gegeben. Zwang, das. Sind wir bei 6 Euro. Sind wir bei 7 Euro. Na, und da geht er weiter. Wir wollen bloß den Fahrschirm beim Belösen. So, Zeit. Ach, wir sind ja zu früh. Machen wir nochmal die Bremse rein. Obwohl, wir haben eh rot. Da können wir auch vorrollen. Äh, ah, gut. Scheiße. Das war grün. Ach, manno. Gut. Oder wir halten uns mal ein bisschen an die Verkehrsregel. Also mal darüber gucken, wo die steht denn da. 50. Ich glaube, ganz oben ist es 6. Wir sind jetzt hier so innerorts. Da denke ich mal, ist bloß ein 50 erlaubt. Und da vorne, wo gerade der Kollege rauskommt, da fahren wir jetzt rein. Wenn grün ist. Guck mal, guck mal, haben sie hier, hat ein neues Adon ausgebracht. Das ist ja geil. Zumindest war da gerade irgendeine Werbung von. Das ist aber auch schön. Ich muss sagen, das ist wirklich... Oh, ja, Mann, ey, wir haben Griffstangen. Die sind nur umsonst. Daran könnt ihr euch festhalten. Wenn ihr Glück habt, sind sogar Schlaufen. Das baumelt zwar manchmal ein bisschen, aber das geht hoch. Das müssen wir ja auch mal testen. Was wollen wir ja nur umsonst eingebaut haben. Guten Tag. Ähm, muss ich schon wieder überlegen. Deine Kollegen gerade eben musst du auch erst überlegen. Ach ja, ach, jetzt mache ich gerade das Geld selber raus. Nee, das wäre auch eine Aktion gewesen. Äh, geh doch mal zu. Mann, 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 Mann. So, noch sehr zu früh. Zwei Minuten. Ich versuche mal bald mal, bei einer roten Ampel auch dann, mal eine rote Ampel zu erwischen. Ja, das ist dann so. So ein Thema eigentlich. Aber die, diese Ansagen, also so wirklich verstehen, tue ich es nicht. Wenn ich mal so ansprechen darf. Ach ja, hier ist er rot. Hier ist er rot. Ich müsste aber auch gerade mal gucken, steht da jetzt ein Plus oder Minus? Minus. Grün. Da ganz hinten saß, hat mir das gerade gesagt, dass grün geworden ist. Das fand ich nett. Sind wir schon an der Haltestelle vorbeigeschwartet, oder? Ne, komm, erst irgendwann mal hier vorne. So, Taxi. Ach, du nimmst den anderen Vorfahrt, das ist auch schön. Ja, wie, Du nimmst den anderen Vorfahrt,